So der Herr, ich nehme jetzt erstmal alle Kommunikationsmittel ab, dann ist noch ein Störsinn auf dem Cloud. Ach nochmal, ok. Ja nochmal, sicher ein. Wurden Sie schon durchsucht, Rucksack? Äh, natürlich. Hosentaschen? Alles. Ich wurde überall durchsucht. Mhm. Mein sicher Morag. Gut, ich kontrollier das nochmal, ob das noch alles richtig ist. Jage mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki. Ich bin voll mit Schocki. Alter, der Safe-Tilt, Alter, ich hab beide niedergeschlagen und bin abgehauen. Die Giraffen. Nein, ich meine, warum schießen Sie auf uns? Als ob Sie schießen, der Wechsel, schreib ich. Hä, ich bin am Sportplatz, landet hier, oder so. Hälkert nicht. Microphone, die activated. Pass auf, ich balanier von uns, wir fliegen in Sie rein. Soll, Alter, was ist denn da? Ich bin tot, ja, wir fliegen in Sie rein. Okay, ich darf töten. Nein. Doch. ... ... ...